Musik 1999 war ich zum ersten Mal hier, kurz nach meinem Jurastudio. Vor einer Zukunft in Anzug und Schlips packte ich meinen Rucksack und reiste durch Südamerika. Musik Und Bolivien hatte mich sofort gepackt, aber ich ahnte nicht, dass diese Reise mein gesamtes Leben verändern sollte. Musik Trotz seiner überwältigenden Schönheit birgt Bolivien auch eine dunkle Seite. Musik In der Bergregion von Jungas findet sich die höchstgelegenste Hauptstadt der Welt, La Paz, und die Hauptquelle für Boliviens berühmtesten Exportartikel, Coca. Musik Seit 400 Jahren werden in diesen fruchtbaren Böden Coca-Sträucher angepflanzt. Ihren Blättern sagt man hier große Heilkraft nach. Im Westen kennt man sie eher als Hauptbestandteil eines Rauschgifts. Es heißt, die am höchsten wachsenden Blätter ergeben das reinste Kokain. Und das bolivianische Kokain gilt als das beste der Welt. Musik Was wiegt so ein Sack? 50 Pfund? 50 Libras? Ja, es kommt hin. 50 Libras. Das sind 50 Libras. Auf meiner Reise entlang des sogenannten Gringo Trail durch Bolivien hatte man mir erzählt, das absolut beste Kokain gäbe es in einem Knast. Im San Pedro Gefängnis in La Paz. Ich sollte einfach nach Thomas fragen. Musik Thomas McFadden stammt aus Tansania, ist aber in England aufgewachsen. In zerrütteten Verhältnissen ohne Zukunftsperspektive. Tatsächlich machte er eine rasante Karriere. Als internationaler Drogenschmuggler. Musik Das Dealen war für mich wie eine Sucht. Anfangs brauchte ich das Geld zum Überleben, aber dann hat es mich gepackt. Ich sehe den Drogenhandel wie eine Art Spiel. Am Flughafen hatte ich schon die Polizei im Visier und du musst sie irgendwie austricksen. Es ist ein lustiges Spiel. Und wenn du irgendein Spiel gut beherrschst, willst du es auch perfekt machen. Du machst dir einen Job perfekt. Hey, Mann! Hey! Hey, mein Freund! Alles okay, Bruder? Wie geht's? Ausgezeichnet. Und dir? Exzellente. Ja? Und dir? Thomas hat auf der ganzen Welt Drogen geschmuggelt. Auch aus Bolivien. Er plante all seine Transaktionen minutiös, um nie gefasst zu werden. Bis ihn ein bestochener Zollbeamter hereinlegte und ganz zufällig in der Rückwand seines Koffers 5 Kilo Kokain entdeckte. Musik Thomas landete im San Pedro-Gefängnis, dem kuriosesten Zuchthaus der Welt. Da ist Palmar, da ist Cancha, San Martin Guanay und hinter uns liegt Alamos und Pinos. Und da? Da ist La Posta. Wo all die reichen Politiker wohnen. San Pedro ist wie eine kleine Ortschaft hinter 15 Meter hohen Mauern. Das Verblüffende, es gibt keine Aufseher, keine Anstaltskleidung. Die Häftlinge leben hier mit ihren Frauen, Kindern und Haustieren nach eigenen Regeln. Und sie müssen sich ihre Zellen kaufen. Sie haben Jobs oder betreiben kleine Geschäfte. Na, wie fühlt sich das an, auf dem höchsten Punkt von San Pedro? Ich hätte nie gedacht, nochmal hier zu sein. Unglaublich. Damals kam ich hier nachts an, ging einfach rein und hab mich hingelegt, weil ich echt müde war. Am nächsten Morgen dachte ich, verdammt, ich bin in einer kleinen Stadt. Da waren Läden, da liefen Frauen und Kinder rum. Ich dachte, vielleicht träume ich nur, im Knast zu sein. Ich fand dieses System irre. Vom Gericht zum Gefängnis musste ich mir ein Taxi nehmen. Du zahlst Eintritt, um hier Häftling zu werden. Und dann musst du dir deine eigene Unterkunft kaufen. Es gibt mehrere Kategorien. Fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne bis zu einem Stern. Hängt davon ab, was du zahlen kannst, nicht was du verbrochen hast. Wie heisst du? John. Rusty, das ist Thomas. Deine Zelle? Nein, ich bin nur Mieter. Du mietest die Zelle? Ja. Thomas, was war bei dir damals anders? Mein Bett stand hier. Mein Schrank. Ich hatte meinen Fernseher oben auf dem Kleiderschrank stehen. Und einen Esstisch mit sechs Stühlen. Das war dein Ess- und Wohnzimmer? Kann man so sagen. Später musste ich ein bisschen umbauen. Ich habe mir eine eigene Küche eingerichtet, weil ich ja wusste, dass ich hier lange bleiben würde. Meine Strafe betrug zwischen 18 und 30 Jahren. Für Drogenhandel kriegst du 18 bis 30 Jahre. Für fünf Kilogramm? Genau. So lange steckst du hier fest. Danke. Gehen wir? Er war fünf Jahre hier. Echt? Ja. Ich habe von dir gehört. Ihr war hier. Die Delegation hat mir gesagt, dass ihr mich erzählt habt. Okay. Gut, ein Gutes zu kennen. Auf geht's. Thomas arbeitete in einem Laden, als ihm plötzlich die Idee kam, Touristen durch das Gefängnis zu führen. Weißt du noch, so haben wir uns kennengelernt. Ich erinnere mich. Ich war zuerst entsetzt. Ich fand das ziemlich verrückt hier. Dann kamst du und sagtest, hey Rusty, hübscher Name. Schön, dich kennenzulernen. Ja, da war sofort eine Verbindung zwischen uns. Ich habe damals viele Leute getroffen, aber du kamst mir sofort aufrichtig vor. Ich fand dich okay. Die Knastführungen sprechen sich schnell herum und werden schließlich sogar in einem Reiseführer empfohlen. Ich hatte so 50 bis 70 Besucher am Tag. Einige haben hier übernachtet, andere sind sogar eine Woche oder einen Monat geblieben. Du kriegtest hier Alkohol und konntest Koks ausprobieren. Einige von ihnen hatten noch nie Kokain versucht, noch nie eine Koksfabrik gesehen. Aber hier drinnen konntest du sehen, wie Kokain hergestellt wird. Man konnte hier drin verhungern, denn du kriegtest leichter Koks als was zu essen. Das klingt, als sei das Leben in San Pedro ein Zuckerschlecken, aber das stimmt nicht. Es gibt viele Messerstechereien. Trotz der Kinder und Frauen ist es gefährlich hier. Einige Freunde von mir sind hier drin erstochen worden. Aber ich bin trotzdem froh, dass sie mich nach San Pedro geschickt haben, denn ich hab hier auch vieles gelernt, nette Leute getroffen und meinen Bruder Rusty kennengelernt. Ich hatte Zeit, über mein Leben nachzudenken und kam als besserer Mensch raus. Ich hab so getan, als sei ich ein Menschenrechtsanwalt, um sie unter Druck zu setzen. Und du warst ja in einigen Anklagepunkten unschuldig. Genau. Seine Geschichte war so unglaublich. Ich musste darüber schreiben. Wir beschlossen, ich durfte vier Monate lang in seiner Zelle wohnen und ihn über seine irrsinnigen Erlebnisse interviewen. Dafür versprach ich, alles zu tun, um Thomas da rauszukriegen. Zusammen mit einigen seiner Freunde sammelte ich genug Geld, um drei Richter zu bestechen, damit sie Thomas frei ließen. Ich ging ins Richterzimmer, setzte mich vor sie hin und sagte, hier ist euer Geld. 4000 Dollar. Tschüss. Und dann bin ich einfach raus. Obwohl Thomas nur auf Bewährung frei war, flohen wir über die Grenze nach Kolumbien. Hier schrieb ich ein Buch über sein Leben. Danach ging Thomas zurück nach Tansania. Ich blieb noch sieben Jahre und kriegte überraschend einen Job bei der US-Regierung. Für eine Anti-Terror-Einheit, die Entführer und organisierte Banden jagte. Dabei lernte ich viel über den Kokainhandel. Ich traf Terroristen, aber auch amerikanische und kolumbianische Elite-Soldaten, die sie bekämpften. Ich sah, was die Drogen in Zentral- und Südamerika anrichten. Im Netz von Schmuggel, Korruption und Mord. Ich erfuhr, wie das alles begann, hörte Geschichten über die einstigen Bosse und die sogenannten goldenen Jahre dieses schmutzigen Geschäfts. Einer dieser Bosse half damals mit, das berüchtigste Drogenkartell der Geschichte aufzubauen. Er war der Mann, der das erste Kokain nach Nordamerika brachte. George Young. Ich hatte fest vor, das College abzuschließen. Mein Hauptfach war Marketing. Ich wollte in die Werbe- und PR-Branche. Wie kamen Sie an Marihuana? Mein Freund Tula war von der Schule geflogen. Und ich sagte, lass uns hier abhauen. Er fragte, wohin? Ich sagte, Kalifornien. Ein Sandkasten, umgeben von den schönsten Frauen der Welt. Ich hatte vorher noch nie ein Bikini gesehen. Sie tragen keine Bikinis in Boston. Wir wussten, wir hatten das Paradies gefunden. Aber das Problem war, wie sollten wir in diesem Paradies überleben? Ein Freund aus Boston besuchte mich in Manhattan Beach. Wir rauchten eine große Schüssel voll Marihuana weg. Das machten alle. Du rollst deinen Joint und genießt das Leben. Und er fragte, heiliger Mist, woher hast du das Zeug? Frank? Ich sagte, du kriegst es gleich am Strand für 60 Dollar das Kilo. Er sagte, weißt du, was das bei uns an der Uni von Massachusetts kostet? Ich fragte, wie viel, Frank? Und er antwortete, 300 Dollar. Ich sagte, weißt du was? Wir machen uns selbstständig. Bis 1974 gab es nicht einmal eine Anti-Drogen-Behörde. Das wissen viele Leute gar nicht. Es war einfach. Wir brachten all das Zeug zu meinen alten Schulfreunden. Wir stellten in ein Wohnmobil, randvoll mit Marihuana hin. Und sie überschütteten uns nur so mit Geld. Aber das wurde langweilig. Wir sind Vertreter, lass uns Piraten werden. Wir holen in Mexiko unseren eigenen Stoff. Mit Flugzeugen. Wir kriegen das Zeug für 5 Dollar das Kilo, verkaufen es in den gesamten USA und lassen es uns gut gehen. Es gab nur wenige Leute, die ins Drogengeschäft einstiegen, um schnell Profit und dann die Fliege zu machen. Es ging gar nicht mehr ums Geschäft. Es ging ums Ego. Das Hochgefühl. Die Frauen. Dieser ganze verdammte Kram. Bis dich irgendein Scheißkerl verpfeift, weil du seine Frau gefögelt hast oder weil er so blöd war, sich erwischen zu lassen. Im Drogengeschäft ist man von Anfang an verloren? Korrekt. Ich wurde wegen Marihuana verhaftet und zu 5 Jahren im Bundesgefängnis in Danbury verurteilt. Und das Schicksal brachte mich in eine Zelle mit einem Kolumbianer, Carlos Enrique Leder. Er fragte, was weißt du über Kokain? Und ich sagte, nichts. Schieß los. Zuerst sag ich dir, dass ein Kilo davon in den USA 60.000 Dollar kostet. Aber wir können es für etwa 10.000 kriegen. Ich war platt. Meine Augen wurden immer größer. Hunderte, Millionen, ja Milliarden verdammter Dollar. Ich bin fast durchgedreht. Carlos und ich wurden gute Freunde und ich sagte, ich schaffe das Zeug über die Grenze. Wie willst du das machen? Genauso wie ich das Marihuana aus Mexiko rausgekriegt habe. Ich transportiere dir Tonnen von dem Zeug und schaffe es rüber. Und ich habe Kontakte, um es loszuwerden. Ich brachte es Richard, genannt der Friseur. Und sagte ihm, streck es nicht. Verkauf es einfach so. Du kennst jeden in diesem Scheiß, Hollywood. Verkauf es ihnen verdammt nochmal für 60.000 Dollar das Kilo. Diese Leute hatten also Geld. Genau. Prominente. Arme Menschen konnten sich kein Kokain leisten. Nur Reiche. Nach ein paar Stunden kam Richard zurück und sagte, heilige Scheiße, hol mehr davon. Ja, ich bin sofort los. Es war ein Glückstreffer. Etwas, das nur darauf wartete, dass jemand es tat. Und ich war einfach zur Stelle. Sie waren es, der dem Medellin-Kartell die Vereinigten Staaten öffnete. Und damit begann dieser komplette Wahnsinn. Miami ist eine wichtige Filiale der sogenannten Kokain AG. Ein riesiger Konzern einer recht kleinen Gruppe Schmuggler aus Kolumbien. Ich habe versucht, sie über Qualität und Quantität aufzuklären. Bringt es in kleinen Mengen und halte den Preis extrem hoch. Ihr Geschäftsmodell war, kleines Angebot, große Nachfrage. Geringe Versorgung, hoher Preis? Richtig. Und was wollten die anderen? Es verwandelte sich in ein Monster, wie alles andere. Die wollten einfach nur den Markt fluten? Als sie das Spiel begriffen hatten, wollten plötzlich alle mitspielen. Wir konnten es nicht stoppen und es wurde zu einem gewaltigen Monster. Ich lieferte ein Wohnmobil voll mit 250 Kilo, für 10.000 Dollar das Kilo. Hier, es gehört dir. Und wenn sie das Geld brachten, kriegten sie das nächste Wohnmobil, wieder mit 250 Kilo. Wie viel Geld haben sie damals verdient? Unmengen. 150 bis 200.000 Dollar pro Monat. Was haben sie mit dem Geld gemacht? Das Geld war nur ein Werkzeug. Wir haben das Spiel geliebt. Das Spiel war unsere Droge. Wir waren süchtig nach Angst. Ohne diese Angst und ihre Herausforderung kannten wir keine Befriedigung im Leben. Weißt du was? Ich war der Sportler, der plötzlich versagte. Ich war alt. Du kannst tausende Touchdowns erzielen und dafür alle Auszeichnungen der Welt kriegen. Wenn du es verhaust, bohen sie dich aus. Aber das kratzt dich nicht. Du willst einfach spielen, weil du das Spiel liebst. Und ich wusste, ich hatte gepatzt und war raus. Ich gehörte nicht mehr in dieses Spiel. Aber ich wollte es noch einmal spielen. Mein bester Freund, jedenfalls damals, hieß Cliff. Wir machten alles zusammen. Wir koksten. Einfach alles. Wir waren wie Brüder. Und dann kommt er mit zwei beschissenen, verdeckten Drogenfahndern in ein Hotelzimmer. Ich will dir was sagen. Und es ist die Wahrheit. Bei Gott. Drei Viertel der Zeit hatte ich bei dieser ganzen Sache immer ein schlechtes Gefühl. Ich sah Cliff in die Augen und sagte, du würdest mich niemals reinlegen, oder? Ja? Er sagte, nein. Warum? Und weißt du was? Ich wusste, er tut es. Young wird verhaftet, aber seine Strafe auf 20 Jahre verkürzt, als er gegen Carlos Leda aussagt. Leda und Pablo Escobar hatten das Medellin-Kartell in den 1970ern gegründet. Eine Bande von Straßenschlägern steigt schlagartig zu den Top-Verdienern der Welt auf. Mit mehr als 25 Milliarden Dollar Einkommen pro Jahr. Nun brauchen sie seriöse Angestellte für das mittlere Management. Leda und sein amerikanischer Finanzstratege Alvaro Triana versuchen, einen alten Schulfreund zu gewinnen. Carlos Toro. Aber der gesetzestreue Toro sträubt sich zunächst. Carlos hatte mehrfach angefragt, aber sie wollten sich der Organisation nicht anschließen. Warum dann doch? Vielleicht aus Gier. Das ist schwer zu beantworten. Ich hatte einen guten Job. Führte ein ordentliches Mittelklasse-Leben in New York mit einem Apartment an der Lexington-Ecke 82. Straße. Ich war jung und Single. Ich hatte ein gutes Leben. Aber ab und zu schickte mir Carlos sein Privatjet zum LaGuardia-Airport. Ich flog übers Wochenende zu ihnen und landete auf einem anderen Planeten. Mit rotem Teppich. Millionäre, schöne Frauen, Marihuana, Kokain. Wir hatten Spaß. Das wollte ich haben. Ich wollte diese Art von Leben. Aber ich hatte Todesangst und sagte Carlos mehrfach, ich mach das nicht. Weil ich Angst habe, verhaftet zu werden. Nicht nur, weil ich mit dem Koks nichts zu tun haben will. Ich will nicht damit geschnappt werden. Ich will mit dem Zeug selbst nichts zu tun haben. Es machte mir eine Höllenangst. Ich ging erst auf den Deal ein, als Carlos mir von Alvaro Triana ausrichten ließ, du wirst unsere Öffentlichkeitsarbeit machen. Der Job ist ganz einfach. Du fliegst, wohin du willst. Wir geben dir ein Flugzeug und einen Piloten. Finde für uns Landebahn. Verhandle mit den Regierungschefs. Dass sie uns in ihrem Land landen lassen. Ich bin ziemlich oft nach Mexiko gereist und hab die Armeeführung getroffen. Und die Präsidenten von Nicaragua und Panama. Und die Castro-Brüder. Ich war in den USA. Dort haben wir Mitarbeiter der Luftfahrtbehörde angeheuert und bezahlt. Diese Leute warnten uns vor Kontrollen der Drogenfahnder, sodass wir unsere Route ändern oder die Ladung vorher abwerfen konnten. Das war meine Aufgabe. Und Carlos hielt sein Versprechen. Ich kam nie mit dem Kokain in Kontakt. So konnte ich mir immer sagen, ich war kein Krimineller, sondern machte Öffentlichkeitsarbeit. Und ich wollte das wirklich nicht lange machen. Ich sagte zu meiner Frau, höchstens sechs Monate, vielleicht ein Jahr. Wir verdienen zwei Millionen Dollar und fertig. Das war mein Plan. Aber sie gingen nicht. Doch. Aber ich ging unter sehr seltsamen Umständen. Nach drei Jahren im Kartell beginnt Carlos sich über seine Mitarbeiter zu ärgern. Sie werden immer unberechenbarer. Er bemerkt, dass Triana Geld für sich abzweigt, mit dem er eigentlich die Piloten bezahlen soll. Carlos will aussteigen und fragt nach seinem noch ausstehenden Gehalt. Sie schuldeten mir mehr als 1,5 Millionen Dollar. Aber jede Woche, wenn ich Triana anrief und nach meinem Geld fragte, legte er einfach auf. Eines Tages traf ich seinen Bruder und sagte, beim Grab meines Vaters, ich würde keinen von euch je verraten, aber er soll mir mein Geld geben. Eine Stunde später rief Archie an. Carlos, mein Freund, ich hab Geld für dich. Ich schicke einen Mann, du triffst ihn in einer Bar. Um 7 Uhr bringt er dir 100.000 Dollar. Gib mir dann eine Woche Zeit und du kriegst das restliche Geld. Ich ging hin und fragte den Kerl, wie viel ist da drin? 100.000 Dollar. Danke, tschüss. Ich brachte das Geld zum Wagen und fuhr in mein Büro, ging rein, machte das Licht an und öffnete die Tasche. Da war nur Zeitungspapier und obendrauf vielleicht 201-Dollar-Noten. Ich bin durchgedreht, ich hab den Revolver aus meinem Safe genommen und bin zu Archies Haus gefahren. Die Garage stand offen, ich fuhr direkt rein. Sein Dienstmädchen Juliana sah mich und brach in Panik aus. Ich fragte, wo ist der Hurensohn? Er saß in einem Sessel, trank Scotch, drehte sich um und fragte, was zur Hölle fällt dir ein, in mein Haus zu kommen? Du arbeitest nicht mehr für mich. Und ich warf ihm die Tasche ins Gesicht. Die Geldscheine flogen herum. Er griff zu einer Maschinenpistole. Bis dahin hatte ich nie eine Waffe benutzt oder gelernt, damit umzugehen. Ich zog meinen Revolver und schoss dreimal. Ich war außer mir. Sein Sessel kippte und fiel um. Sein Leibwächter kam rein und richtete ein Gewehr auf mich. Ich zielte auf ihn und sagte, wir gehen hier alle drauf. Schieß nichts und sterben wir alle. Sein eigener Leibwächter sagte, Carlos, bring es zu Ende. Ich konnte es nicht. Ich störste mich auf Archie. Er wollte etwas sagen, aber er begriff nicht, dass sein Kiefer herunterhing. Wir hatten für Notfälle einen Arzt. Ich rief ihn an und sagte, wir brauchen Sie hier sofort. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Er blutet. Machen Sie schnell. Der Arzt wollte ihn ins Krankenhaus bringen. Ich sagte, machen Sie Witze? Ich rief meinen Piloten an, damit er ihn in ein Krankenhaus nach Kolumbien flog. Ich betete zu Gott, von dem ich mich lange abgewendet hatte. Von meiner Familie in Kolumbien erfuhr ich, dass Archie in einem Krankenhaus in Medellin lag. Er hatte überlebt. In diesem Moment waren mir die 1,5 Millionen, die er mir schuldete, völlig egal. Sie waren froh, dass er am Leben war. Und dass ich noch lebte. Ich rief an und ließ Archie ausrichten, es ist in Ordnung, wir sind quitt. Carlos will nur zurück in sein altes Leben. Doch er wird von der Polizei verhaftet. In Zusammenhang mit dem grausamen Mord an einer 21-Jährigen. Carlos kannte die junge Frau. Ihre Leiche wurde drei Blocks entfernt von meinem Haus gefunden. Geköpft und mit 27 Stichwunden im Kofferraum ihres Wagens. Ich hatte sie möglicherweise als letzter lebend gesehen. Sie wollten mich kleinkriegen und das schafften sie. Ich machte eine Aussage, die aufgezeichnet wurde. Ich sagte, um Ihnen meine Ehrlichkeit zu beweisen, gebe ich zu, in der Vergangenheit einige falsche Dinge getan zu haben. Ich habe meinem Freund Carlos Leda bei einigen Flugangelegenheiten geholfen. Etwas Schlimmeres habe ich nie gemacht. Keine Ahnung, warum ich das sagte. Nachdem er seine Verstrickung ins Medellin-Kartell preisgegeben hat, wird die Mordanklage sofort fallen gelassen. Stattdessen droht ihm nun eine hohe Strafe wegen Drogenschmuggels. Carlos macht der Antidrogenbehörde, der DEA, das Angebot, gegen seinen alten Freund Carlos Leda auszusagen. Es war ein Deal, ein Geben und Nehmen. Ich hatte etwas gegeben. Und jetzt wartete ich, was für mich drin war. Carlos Leda war zu dieser Zeit der meistgesuchte Mann. Er hatte Kolumbien verlassen und versteckte sich im chilenischen Dschungel. Carlos' Rechnung geht nicht auf, denn George Young kommt ihm zuvor. Seine Aussage reicht, um Leda zu verurteilen. Carlos muss nicht als Zeuge auftreten, sein Gesicht kommt nie in die Zeitungen. Und die DEA findet eine neue Verwendung für ihn. Als verdeckter Informant. Ein neuer Name, eine andere Nationalität, ein neuer Pass. Ich habe in der Rolle eine Menge Geld und Kokain auf den Tisch gelegt, 27 Jahre lang. Das heißt, Sie haben Ihr ganzes Leben umgekrempelt. Zuerst arbeiten Sie für die Drogenschmuggler. Und dann für Ihre Gegner und bringen andere Drogenschmuggler hinter Gitter. Als verdeckter Ermittler war ich Ihr Freund geworden. Wir gingen zusammen essen und zu Partys, in die Kirche. Wenn wir sie überführten, kam ich abends nach Hause und fühlte mich mies. Schuldig? Ich war mal einer von Ihnen. Das ist nicht leicht. Es ist eine ganz andere Sache. Aber letztlich ging es ums Überleben. Doch nachdem er seine Schuldigkeit getan hat, beginnt Carlos nun freiwillig für die DEA zu arbeiten. Er organisiert in der ganzen Welt fingierte Geschäfte, schleicht sich in korrupte Regierungen ein und bringt Großdealer zur Strecke. Nach drei Jahrzehnten aber wird ihm klar, die Behörde erwidert seine Loyalität nicht. Wenn dir die DEA sagt, du gibst uns dies und wir dir das, es bleibt ein einseitiges Geschäft. Im April 2015 wurde ich sehr krank. Aber weil ich viele Identitäten in etlichen Ländern hatte, war ich nicht versichert. Das hatte mich nie gekratzt, weil ich für den Staat arbeitete. Also rief ich meinen Boss an und sagte, ich habe morgen eine Operation und brauche dazu dringend 10.000 Dollar. Kein Problem, Carlos. Ich kümmere mich drum. Geh ins Krankenhaus. Am nächsten Tag sagte er mir, dass der Heimatschutz meine Bitte ablehnte. Du machst Witze. Ohne die Operation sterbe ich. Ich kündige. Das war's für mich. Und was passiert? Ein Anruf. Carlos, es gibt Probleme. Du bist jetzt kein Bürger der USA mehr und wirst ausgewiesen. Die DEA hat mich 27 Jahre lang belogen. Was, wenn man sie abgeschoben hätte? Ich wäre tot. Ja, ich war ein Krimineller, aber ich habe meine Schulden gegenüber den USA reichlich abbezahlt. Sie haben für das Medellin-Kartell gearbeitet, eine der gefährlichsten Verbrecherorganisationen der Welt. Korruption im großen Stil, Menschenrechtsverletzungen, Folter, Mord. Sie haben daran mitgewirkt und später dagegen gekämpft. Hat Sie das verändert? Ich hatte mich fast drei Jahrzehnte lang verabschiedet von diesem Carlos Toro, der im kolumbianischen Armenier geboren ist. Von meiner Familie, meinen Kindern und das alles aus Gier. Jetzt weiß ich, dass dieser Abschied der größte Fehler meines Lebens war. Egal wie viele Leute eingesperrt werden, ich kann das nicht mehr gut machen. Carlos Toro war für die Organisation eine Art Manager. Und seine Geschichte mag darüber hinwegtäuschen, was wirklich hinter der Fassade des Kartells geschah. Vor allem in seinem Heimatland. Wie viele Opfer das blutige Geschäft in Kolumbien forderte. Ich will einen Mann treffen, der einst die rechte Hand des Drogenbosses Pablo Escobar war. Und sein gefährlichster Auftragskiller. Nach zwei Jahrzehnten Gefängnis ist er bereit, über seine Morde zu reden. Er hat mich an einen bestimmten Ort bestellt. In der einstigen Metropole des Kartells. Pass auf, ich stelle dir Medellin vor. Die Stadt der Gangsterkönige Pablo Escobar und Popeye. Die einzige Stadt der Welt, in der eine kriminelle Organisation gegen eine Regierung gekämpft und 540 Polizisten getötet hat. Die Stadt des Krieges, gegen die Drogen, dann die Paramilitärs, dann zwischen Paramilitärs und Guerrilla, schließlich die Bandenkriege. Diese Jungs hier sind die Obrigkeit, gute Anführer. Wenn eine andere Gang hier was stehlen oder ihre Mädchen belöstigen will, werfen sie sie raus. Sie schützen ihre geliebte Nachbarschaft. Sind Sie auch in so einem Viertel aufgewachsen? Nein, in einem Mittelklasse vor Ort. Das hier sind die ärmsten Slums von Medellin. Die Regierung hat hier nichts getan und wo immer sie nichts tut, übernimmt die Mafia. Das ist die arme Seite der Stadt und das die reiche. Was für ein Unterschied. Ein großer. Der Kontrast zwischen Wohlstand und Armut und Gewalt. Sag her, dies gut. Wenn du einem Kind eine Waffe gibst, wird es töten. Es stirbt eher bei einer Schießerei als an Hunger. Genau hier gibt es den meisten Respekt und die grösste Liebe. Wie hat ihr Boss den Armen geholfen? Mit Läden, Häusern und Spielzeug zu Weihnachten. Er liebte die Armen. Waren die Menschen ihm dankbar? Oh ja, sie waren immer dankbar. Und als der Krieg losbrach, haben sich die örtlichen Jungs uns angeschlossen. Sie hofften, sich mit einer Waffe zu profilieren. In Escobars Armee zu sein, war eine Ehre für junge Männer. Wann haben sie zum ersten Mal jemanden getötet? Einen Tag nach meiner Aufnahme ins Kartell fragte mich Pablo Escobar, Popeye, willst du einen Job? Job bedeutete Mord. Ich sollte einen Busfahrer umlegen, der die Mutter eines Drogenhändlers überfahren hatte. Der fragte Pablo, ob er den Busfahrer töten dürfte. Denn um in Medellin jemanden zu töten, brauchte man seine Erlaubnis. Pablo gab mir den Job und ich habe ihn professionell erledigt. Wie war das, als Sie den Abzug gedrückt haben? Extrem gut. Ich will mich nicht rechtfertigen, aber ich bin ein Mörder und werde es immer bleiben. Unser Land hat 50 Jahre lang Gewalt durchlebt. Als Kind war ich umgeben von Gewalt. In Kolumbien ist es normal, ein Mörder zu sein. Das Land wurde von korrupten Politikern ruiniert. Und Mörder zu sein, ist eine Ehre. Als ich Pablo traf, begriff ich, dass ich mit meiner Waffe im Kartell Karriere machen konnte. Mit Loyalität und Disziplin konnte ich es weit bringen. Ich mag Verbrechen, weil ich sie beherrsche. Nicht jeder taugt zum Mörder. Das Medellin-Kartell war eine große kriminelle Organisation und der Boss hatte jedem seine Rolle zugeteilt. Es gab Piloten, es gab Leute, die Kokain lagerten, die Zahlungen abwickelten und die Verkäufer. Alles Experten. Und mein Fachgebiet war Mord. Denn Krieg und Schmerz faszinierten mich. Ich liebe Adrenalin und den Knast und ich hatte keine Angst. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Im großen Stil. Wir haben wichtige Leute entführt und gingen immer brutaler vor. Wir wurden bekämpft. Von der Regierung, der CIA, DEA, dem FBI, der britischen Armee, den Israelis. Viele meiner Freunde starben. Ein Polizeichef schnitt ihnen Finger und Zehen ab, folterte sie mit Bohrern an der Wirbelsäule, den Kniescheiben, Ellenbogen und am Schädel. Die Polizei warf meine Freunde lebendig aus Helikoptern. Aber ihre Grausamkeit ließ uns nur noch entschlossener morden. Mit Autobomben. Wir töteten willkürlich. Der Krieg war außer Kontrolle und wir dachten nicht ans Aufhören. Mein Job war das Töten. Und ich war gut darin. Haben Sie je gezögert, bevor Sie jemanden töteten? Ich war Pablo Escobar gegenüber 100%ig loyal. Er hatte eine Geliebte namens Wendy. Eine schöne, große Brünette. Aber seine Freundinnen durften nicht schwanger werden. Wendy wurde schwanger und drängte Pablo, seine Frau zu verlassen. Sie oder ich. Und der Boss sagte, ich kenne meine Frau, seit ich arm war. Aber dich habe ich als Pablo Escobar verführt. Versuch nicht, mich zu erpressen. Er schickte ihr vier Männer und einen Tierarzt, um ihr das Baby wegzunehmen. Eine gewaltsame Abtreibung gegen ihren Willen? Gegen ihren Willen. Bei uns heißt es, im Krieg gibt es keine Gnade. Wir waren stärker als sie. Wendy entwickelte einen tiefen Hass gegen Pablo. Sie wurde meine Geliebte, um ihn eifersüchtig zu machen. Pablo hatte mich gewarnt, sei vorsichtig. Es sind immer Frauen, an denen ein Kokain-Kartell zerbricht. Er befahl mir, sie zu töten. Ich verabredete mich mit ihr und nachdem meine Männer sie umgebracht hatten, lag sie in einer Blutlache. Ich spürte eine seltsame Mischung aus Liebe, Wut und Hass. Ich hatte sie geliebt, aber Pablo noch mehr. Er war unsere Religion, unser Gott, alles. Er war unser Vater, Ratgeber und großer Führer. Das Flugzeug flog ganz langsam. Dann sprühten Funken und es explodierte. Warum der Bombenanschlag auf die Avianca-Maschine Flug 203? Ziel unserer Bombe war der Präsidentschaftskandidat César Trujillo, der Nachfolger eines vorigen Kandidaten, den wir schon im August getötet hatten. Trujillo wurde Führer einer liberalen Bewegung. Er ging gegen Escobar vor und wollte Drogenhändler an die USA ausliefern. Pablo ließ den Chef der Paramilitärs, Carlos Castano, eine Bombe in dem Flugzeug verstecken, auf das er gebucht war. Es explodierte, aber Trujillo war nie eingestiegen. Moment mal, Sie sprengten ein Linienflugzeug mit 110 Menschen, nur um einen Präsidentschaftskandidaten zu töten, der nicht einmal an Bord war? Die Bombe war schon in der Maschine. Escobar betrote Trujillo so lange, bis er die Auslieferungen verwarf. Wir zwangen die Regierung, die Verfassung zu ändern. Wir sind hier in einem alten, verlassenen Gefängnis. Aber es fühlt sich immer noch nach Knast an. Pablo sagte immer, ich sterbe lieber durch 40 Kugeln, als in einem solchen Loch zu leben. Die Amerikaner stecken dich hier rein und füttern dich dreimal am Tag, bis du stirbst. Das Kartell brach zusammen, als sie steinreich und auf dem Höhepunkt ihrer finanziellen und militärischen Macht waren. Warum? Pablo machte den großen Fehler, in die Politik zu gehen. Er wollte einen Drogenstaat formen. Er war ein Visionär, denn Drogenstaaten sind heute möglich. Denken Sie an Venezuela. Er wollte weltweit Kokain vertreiben und noch reicher und mächtiger werden. Er ging in die Politik und scheiterte. Ein anderer Fehler war, mehrere Kriege gleichzeitig zu führen. Gegen die Paramilitärs, das Kali-Kartell, die Regierung, die Amerikaner und gegen interne Gegner im Medellin-Kartell. Es gab so viel Blutvergießen, Grausamkeiten und Bomben, bis das Kartell schließlich unterging. Aber Pablo zu töten war nicht leicht. Es brauchte die Polizei, die Paramilitärs, die CIA, das Kali-Kartell, die DEA, das FBI, englische und israelische Soldaten und seine eigenen Freunde, nur um einen Mann zu töten. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ich kaufe ihm Sonnenblumen, rote und gelbe Rosen, um meinem Boss meine Liebe zu zeigen. Ich komme alle zwei Wochen und muss vorsichtig sein, denn hier liegen viele Opfer von Pablo Escobar. Viele junge Menschen sind hier beerdigt. In Friedenszeiten beerdigen die Kinder ihre Eltern. Aber im Krieg ist es umgekehrt. Ein Satz von Popeye geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es sind immer Frauen, die ein Kokain-Kartell zerstören. Hat er damit vielleicht recht? Ich treffe eine Frau, auf die seine Beschreibung hervorragend passt. Sie verkehrten mit Pablo Escobar und dem berüchtigten Mexikaner des Medellin-Kartells, mit den Bossen des Kali-Kartells. Was war das für ein Leben? Es war ein Leben mit Flugzeugen, Booten und Autos. Sie hatten alles, was man sich denken kann. Alles. Der Mexikaner hatte eine Toilette für sein Lieblingspferd. Und das Klopapier im Haus trug seine Initialen. Alles war einfach wow. Wie hübsch ich da aussehe. Ich war damals Tewardess bei Braniff Air. Ein toller Job und ich habe immer in der ersten Klasse gearbeitet. Eines Tages sagte mir eine Kollegin, sieh dir den Mann auf 3a an. Ja, er war nicht übel. Und als wir in Bogota landeten, kam er an meinen Klappsitz und fragte, würden Sie heute Abend mit mir essen gehen? Ich sagte, okay. Er war sehr nett, höflich und elegant. Und so fing es an. Ich wusste nie, was er tat. Er behauptete, für die CIA zu arbeiten. Das hat er gesagt? Wann haben Sie begriffen, dass er ein Drogenhändler war? Als er mich bat, zwei Koffer mit nach Miami zu nehmen. Er sagte, mach dir keine Gedanken. Aber in jedem der beiden Koffer waren 8 Kilo Kokain. Sie wussten, dass Drogenschmuggel lebensgefährlich war? Trotzdem wurden Sie Drogenkurier. Ich wollte alles tun, um meinen Mann glücklich zu machen. Was immer er wollte, ich tat es. Und noch ein bisschen mehr. Verkaufte er im großen Stil? Im sehr großen. Er war der Transporteur für den Mexikaner. Der Mexikaner war ein Boss des Medellin-Kartells? Ein sehr, sehr mächtiger. Ihr Mann machte Sie zum Drogenkurier? Ja. Und alle zwei Tage hat er mich verprügelt. Er war... Brutal? Brutal. Sehen Sie nur diese Löcher. Das war er? Er war abscheulich. Er war verrückt. Hielt sich für Jesus Christus und trug immer ein weißes Gewand. Er brachte Frauen mit nach Hause. Warf mich raus, kaufte ihnen Autos und Rolex. Aber ich hab nie ein Wort gesagt. Nach jahrelangen Misshandlungen verlässt Pilar Ernesto. Sie schwört über seine kriminellen Aktivitäten zu schweigen. Aber wie sagte schon George Young? Wenn du lange genug in diesem Spiel bist, verrät dich jemand. Irgendwann sieht sich auch Pilar gezwungen, Ernesto ans Messer zu liefern. Nach ihrer Scheidung heiratet sie einen anderen Drogenhändler. Als er verhaftet wird, sucht Pilar einen Weg, seine Strafe zu reduzieren. Sie macht einen Deal mit der DEA. Und hilft, Ernesto zu überführen. Wie haben Sie Ihren Ex-Mann in die Falle gelockt? Ich rief ihn in Bogota an. Wie geht's dir? Gut. Ich sagte, ein Freund aus Chicago hat eine Versandfirma. Hast du noch Transportbedarf? Er sagte, ja klar. Dann triff mich nächste Woche Samstag in Caracas. Ich stell dir Rick vor. Und Rick war ein DEA-Agent? Rick Morris, ja. Er sollte ihm Transporte anbieten. Ich sagte immer, ich gehe angeln. Ich lock den Fisch an, du machst den Rest. Fertig. Du machst den Rest. Ernesto trifft Rick in Venezuela und schöpft keinen Verdacht. Er beauftragt ihn, 100 Kilo Kokain in die USA zu bringen. Doch als die Ware in Florida ankommt, zieht der verdeckte Fahnder seine Waffe und Dienstmarke und nimmt Ernesto fest. Sie riefen mich an und sagten, wir wollen ihm 10 Jahre geben, ist das okay? Ich antwortete, 20 wären auch in Ordnung. Ich glaube nicht an Vergeltung, aber diesmal wollte ich Rache. Und Pilar macht weiter. Sie nimmt nun die Kartellkollegen ihres Ex-Mannes ins Visier. Mit Unterstützung der DEA schlüpft sie in die Rolle einer wohlhabenden Geldwäscherin, um die Drogenhändler anzulocken. Sie fuhren nach Kolumbien und boten an, ihr Geld zu waschen? Irgendwann musste ich gar nicht mehr rüber, denn mein Angebot sprach sich rum. Nach dem ersten Geschäft kamen sie alle von selbst. Wenn ich für einen den Job gut erledigte, gab er meine Nummer an den nächsten. Aber ich versuchte an Chupeta ranzukommen. Und ich war so nah dran. Sie meinen Juan Carlos Ramirez Abadilla? Genau. Einen der größten kolumbianischen Drogenhändler aller Zeiten? Ja, würde ich so sagen. Die Regierung schnappte ihn schliesslich in Brasilien. Er soll 1,8 Milliarden Dollar verdient haben. Das überrascht mich nicht. Ich sag Ihnen was. Er wünschte sich einen Hund, einen Dogo Argentino. Ich gab 5000 Dollar für das Tier aus, flog nach Kolumbien und gab ihn seinem Assistenten. Das war meine Art, sie anzulocken. Du möchtest dies, du kriegst es. Du willst in die USA? Ich kümmere mich um deine Einreise. Wie viel Geld haben Sie für das Kartell gewaschen? Insgesamt etwa 120 Millionen. 120 Millionen? Etwa. Und sie haben wohl 80 Millionen konfisziert. Betreibt die DEA das als eine Art Geschäft? Ich würde nicht Geschäft sagen, aber sie wissen, was sie wollen. Und sie wollen eben Geld. Und was sie wollen, ist Geld. Pilars verdeckter Einsatz führt zur Auslieferung vieler hochrangiger Drogenhändler. Darunter Escobars Rivalen des berüchtigten Kali-Kartells. Und die Anti-Drogenbehörde nutzt einen Teil der dank Pilar nun sauberen und beschlagnahmten Dollars für neue Operationen. Das bedeutet, die DEA hilft den verhafteten Dealern zuvor beim Waschen des Geldes und bedient sich dann daraus für ihre Zwecke. Ein Interessenkonflikt. Pilar's Geschichte wirft für mich ein merkwürdiges Licht auf das Vorgehen der amerikanischen Ermittler. Wie stehen sie zu verdeckten Helfern wie Pilar und Carlos Toro? Und wie definieren sie ihre eigene Rolle in diesem Spiel? Ich treffe zwei ehemalige DEA-Agenten. Ich war der Jüngste im Department und sie brauchten einen Drogenfahnder. Ich habe gerne undercover gearbeitet. Dieser Lebensstil wie James Bond. Die Straßen von Florida waren überflutet mit Kokain und die kolumbianischen Kartelle verübten immer mehr Morde. Ich bin nach Rio de Janeiro und Mexico City gereist und fand es großartig, mit einigen der skrupellosesten Drogenhändlern der Welt Katz und Maus zu spielen. Mein Partner wurde entführt, wir waren in eine Schießerei verwickelt. An diesem Abend sagte ich zu meiner Frau, das will ich für den Rest meines Lebens machen, diese Arschlöcher hinter Gitter bringen. Und am besten im großen Stil, also bei der DEA. Die DEA hat einen anderen Blick auf den Drogenkrieg als die örtliche Polizei. Wir haben in deren Revier gerade einen Dealer verhaftet und fragen uns, woher kriegt er den Nachschub? Wer gibt ihm die Drogen? Wohin geht das Geld? Wir sehen das aus einer größeren Perspektive. Und zwar nicht nur aus der Binnensicht der Vereinigten Staaten. Wir geben unsere Erkenntnisse an unsere Fahnder in der ganzen Welt weiter. Wir wollen in der Lage sein, eine Organisation komplett zu zerschlagen und aus dem Verkehr zu ziehen. Uns gibt keiner im Büro eine Akte und sagt, löst diesen Bankraub. Wir müssen raus, diese Verbrechen selbst finden, aufklären und die bösen Jungs einsperren. Bei den meisten dieser Organisationen würde ich mir Zugang durch einen verdeckten Informanten beschaffen, einem, dem sie vertrauen. Wir müssen sehr kreativ vorgehen, ob wir diesen Organisationen nun Chemikalien besorgen oder ihnen Geld waschen. Wir fliegen um die Welt und sammeln ihr Geld auf. Wir müssen verstehen, wie ihr Bankensystem funktioniert. Wenn wir einmal drin sind, ziehen wir den Informanten raus. Ab dann übernehmen wir und versuchen, in die höheren Führungsebenen vorzudringen. Wir wechseln auch die Seiten. Wir lockten Leute aus Chicago, New York und Los Angeles an, um Marihuana zu kaufen. Manchmal treten sie als Käufer auf. Dann aber als Verkäufer? Genau. Ich will nicht 300 Kilo Koks konfiszieren, sondern Kriminelle ins Gefängnis bringen. Ich bin der Mittelsmann und habe die Kontrolle. Denn letztlich will ich das Vertriebsnetz in den USA aufdecken. Die DEA versucht also, jede einzelne Station des illegalen Drogenhandels zu infiltrieren. Von der chemischen Herstellung über das Transportsystem, das Vertriebsnetzwerk. Sie greifen auf allen Ebenen an? Nur unsere Fantasie setzt uns Grenzen. Ich will dich in deinem eigenen Spiel schlagen, aber ich muss die Regeln beachten und du nicht. Das ist die Herausforderung. Es ist wie Schach. Du setzt deinen Krebs gegen die Raffinesse grosser Drogenhändler ein. Aber wenn du mit diesen Typen zu tun hast, darfst du nie nervös werden, denn sie riechen angstförmlich. Sie spüren Nervosität und Schweißtropfen auf der Stirn können dein Tod sein. Bei einem Einsatz habe ich mal etwas getragen, das wir Cal-Unit nennen. Einen breiten Gürtel mit einem Mikrofon, das für gewöhnlich auf der Brust festgeklebt wird. Es arbeitet mit einer 9-Volt-Batterie. Aber die Batterie verlor Säure. Ich kriegte Verbrennungen am Bauch, und zwar richtig heftige, aber ich durfte nicht zucken. Und ich roch wie ein Barbecue-Grill. Sie müssen sich also sehr im Griff haben. Man erholt sich von einer Verbrennung, aber niemals von einer Kugel im Kopf. Wenn Sie verdeckt operierten, welche Kleidung zogen Sie an? Und wie haben Sie sich psychisch auf solche Situationen vorbereitet? Ich verwandelte mich gedanklich zu 100 Prozent in einen Drogenhändler. Diese Rolle musste ich spielen. Ich trug italienische Slipper, Goldketten, diamantbesetzte Anhänger. Ich musste Reichtum ausstrahlen, Geld und Macht. Das ist die Sprache, die große Drogenhändler verstehen. Was war Ihr gefährlichster Einsatz als verdeckter Ermittler? In Miami kauften wir sechs Unzen Kokain. Ich verhandelte in Caborca in Mexiko gerade über einige Tonnen Marihuana. Zwei der Dealer sagten, los, komm, wir zeigen dir das Kokain. Einer der Händler sagte, ich nehme den Informanten, hol das Marihuana und bin gleich zurück. Mein Partner ging mit, um sich das Kokain anzusehen, aber er kam nie zurück. Der andere Typ saß da und sagte zu mir, du weißt, wenn du ein Bundesagent bist, legen wir dich um. Als ich rausgehe, um das restliche Geld zu holen, merke ich, hier stimmt was nicht. Plötzlich sehe ich einen der mexikanischen Kollegen am Fenster und er gestikuliert so zu mir herüber. Was ist los? Ich gebe unser Signal zum Zugriff, fahre mir mit den Händen durch die Haare. Nichts passiert. Als wir rausgehen, steht da der Polizist, der gestikuliert hatte. Er zieht seine Waffe und drückt sie dem Dealer auf die Brust. Hier steht ein Gangster und der andere da. Der zweite greift in seinen Hosenbund und zieht eine Pistole. Der Dealer greift nach dem Lauf. Ein Schuss löst sich und trifft meinen Kollegen in die Stirn. Ich sehe dunkelrotes Blut in die Luft sprühen, wie ein Nebel. Ich ziehe meine Waffe und packe Gangster 2 an den Haaren. Plötzlich dreht sich der Dealer zu mir um und feuert blitzschnell, zweimal. Während ich mit dem einen kämpfe, versucht der andere auf mich zu schießen. Die Kugeln pfiffen an meinem linken Ohr vorbei. Ich ziehe meine Waffe, hole hinter dem Kopf des einen zum Schlag aus und breche dem anderen das Handgelenk. Ich feuerte zurück und traf ihn zweimal in die Brust. Er stöhnte und stürzte rücklinks zu Boden. Als meine Kollegen reinkamen, sahen wir, es waren 6 Unzen Mehl, ein Fake-Deal. Wie reagieren die Leute, wenn sie dann verhaftet werden und begreifen, dass sie von einem DEA-Fahnder reingelegt wurden? Oft sagt der Gangster, mit dem du 6 Monate zusammen warst, Mike, ich dachte, du seist mein Freund. Und du musst ihm sagen, nein, ich bin ein verdeckter Bundesagent. Es ist wichtig, dass ich ihn mit Respekt behandle, weil er nun möglicherweise sehr wertvoll für mich ist. Und wenn er sich selbst helfen will, gebe ich ihm die Chance dazu. Wie zum Beispiel George Young, sie haben ihn getroffen. Wir haben ihn mit 300 Kilo Koks gefasst und ihm drohten mehrere Jahrzehnte Haft. Als er mit uns kooperierte, wurde die Strafe auf 5 Jahre reduziert. Es gibt unterschiedliche Arten von Informanten. Einer ist gierig und will das Geld. Der andere tut es, weil er angeklagt wird, wie Carlos Toro damals. Toro sagte, ich will nicht ins Gefängnis. Was muss ich dafür tun? Und dann gibt es den Informanten, der sich rächen will. Der seinen Konkurrenten aus dem Geschäft drängen will. Solche Typen sind am gefährlichsten. Wie gewalttätig sind die mexikanischen Kartelle im Vergleich zu den kolumbianischen? Die mexikanischen Kartelle zählen zu den brutalsten, die ich je erlebt habe. Aber man muss bedenken, dass sie praktisch von den Kolumbianern in Sachen Gewalt geschult wurden. Die Kolumbianer haben ihnen gezeigt, nur mit extrem grausamen Mitteln lässt sich eine Regierung so einschüchtern, dass sie nicht gegen dich vorgeht. Das führte zu einem gewaltigen Ausmaß an Gewalt in Mexiko. Und zwar bis heute. Seit Felipe Calderón 2006 Präsident wurde, sind beim Kampf gegen die mexikanischen Kartelle mindestens 150.000 Menschen in diesem Land getötet worden. Nehmen wir an, sie sind in einem Land erfolgreich mit Gesetzen, Strafverfolgung und militärischen Operationen, ob in Kolumbien, in Bolivien oder der Karibik. Wird das Problem damit nicht nur in ein anderes Land verlagert? Ja, sie finden andere Möglichkeiten und Orte, um ihre Geschäfte fortzusetzen. Weil wir so viel Druck auf Regionen wie Südflorida, die Bahamas, Haiti und Kuba ausgeübt haben, sind sie nach Mexiko und Zentralamerika ausgewichen. Mit den Folgen, die wir heute erleben. Gewinnen wir den Krieg gegen die Drogen? Ich glaube, wir sind letztlich entschlossener als sie. Sie gehen sehr zielstrebig in ihren Einschüchterungsversuchen vor. Aber Tatsache ist, die Justiz mag blind sein, doch sie hat einen sehr langen Arm. Ich habe die DEA 2004 verlassen und meine Waffe und Dienstmarke abgegeben. Der letzte, mit dem ich sprach, war der Wachwarn am Eingang. Er fragte, Mike, was machst du? Ich sagte, das war's. Ich gehe heute in Rente. Ich hatte ein Apartment zwei Blocks entfernt. Es war der längste Weg meines Lebens. Denn das war nicht nur mein Broterwerb, sondern mein Lebensinhalt. Es ist hart, wenn du deine Waffe und deine Dienstmarke abgeben musst. Wenn ich tausend Leben hätte, würde ich das tausend Leben lang tun. Und ich hätte es vielleicht sogar kostenlos getan. Ich hatte befürchtet, zwei Vertreter eines fragwürdigen Systems zu treffen. Stattdessen begegnete ich zwei Männern, die leidenschaftlich an ihre Arbeit glaubten. Sie spielten eine Schlüsselrolle im staatlichen Krieg gegen die Drogen. Der das Medellin- und Kali-Kartell schließlich zu Fall brachte. Und ihre Handelsrouten in die Karibik vernichtete. Aber niemand ahnte damals wohl, dass ihre erfolgreichen Operationen dazu beitrugen, Mittelamerika in den folgenden Jahrzehnten dramatisch zu destabilisieren. Die Drogenhersteller in Kolumbien suchten neue Wege in die USA. Und fanden in Mexiko willige Partner. In den 1980er Jahren verfügt das Guadalajara-Kartell bereits über Handelsrouten für Marihuana und Heroin. Mithilfe gekaufter Politiker profitieren die Bosse nun von den Logistikproblemen der Konkurrenz. Zunächst müssen die Kolumbianer dafür zahlen, die mexikanische Grenze zu passieren. Schon bald aber wird das Kartell selbst zu einem der wichtigsten Händler. Das kriminelle Potenzial und der Reichtum verlagern sich von Kolumbien nach Mexiko. Der DEA gelingt im Frühjahr 1985 nach dem Tipp eines verdeckten Ermittlers die Zerstörung einer riesigen Marihuana-Plantage. Doch der vermeintliche Coup endet dramatisch. Der Chef des Guadalajara-Kartells, Miguel Angel Felix Gallardo, lässt den Undercover-Agenten entführen, grausam foltern und töten. Mit einer groß angelegten Operation beginnt die DEA eine Jagd auf die Killer und treibt Gallardo damit in den Untergrund. Der König des Drogenimperiums entscheidet sich, den Konzern unter seinen Stellvertretern aufzuteilen. Aus einem Kartell wirken fünf, darunter das Sinaloa-Kartell des berüchtigten El Chapo. Doch sofort entbrennt ein interner Kampf um die Vorherrschaft in Mexiko. Mit einer beispiellosen Welle der Gewalt. Zugleich zerrüttet der erste Regierungswechsel seit 70 Jahren das Land. Und schafft so goldene Verhältnisse für das Drogengeschäft. Bis heute. Jeder Schlag der Fahnder gegen einen der Bosse lässt die Gewalt erneut eskalieren. Inzwischen werden die Kartelle von einer neuen Generation skrupelloser Krimineller regiert. Und die amerikanische Regierung investiert weiterhin Milliarden Dollar in den verzweifelten Krieg gegen die Drogen. Mit immer mehr Waffen und militärischen Mitteln. Doch ist der Kampf auf diese Weise überhaupt je zu gewinnen? In den USA will ich einen Mann treffen, der ihn hautnah erlebt hat. An vorderster Front. Adam Newbold ist als Soldat in den Drogenkrieg gezogen. Und hat dabei Einblicke aus einer völlig anderen Perspektive gewonnen. Du fliegst extrem tief durch irgendwelche Täler. Die Berge schirmen das Motorengeräusch ab. Dann hörst du noch zehn Minuten, noch fünf, noch eine. Du sitzt direkt an der Tür. Bereit jederzeit rauszuspringen. Knapp über dem Boden heißt es, los jetzt. Einer nach dem anderen gleitet raus. Und am Boden fächern wir uns im 360-Grad-Radius auf. Wenn nicht sofort auf uns geschossen wird, hocken wir da zunächst eine Weile. Wir sehen, hören, riechen, spüren. Nach etwa fünf Minuten schleichen wir an das Ziel heran. Wir tasten uns durch den Dschungel, um beispielsweise ein Drogenlabor anzugreifen. Das ist nicht einfach, denn in einem Dschungel müssen wir oft hintereinander gehen. Zwei bewaffnete Kameraden sind vorne, aber alle anderen dahinter. Wir sind leise und schlagen schnell zu. Aber dann wird es laut. Es wird erst wieder leise, wenn es vorbei ist. Adam Newbold war 22 Jahre lang bei den Navy Seals. Eine hochtrainierte und extrem belastbare Spezialeinheit der US-Marine. Er war Teil des Teams, das Osama Bin Laden aufspürte und tötete. Und er hat jahrelang in Südamerika bei Missionen gegen die Drogennetzwerke gekämpft. Nach seinem Ausscheiden begann er zu grübeln über den Sinn dieses Krieges. Eine enge Gemeinschaft. Eine amerikanische Kleinstadt eben, in der die Menschen Sorgen haben. Die Industrie, die mehr als 100 Jahre lang für Wachstum sorgte, ist längst weg. Es gibt hier keine Arbeit. In vielen dieser Kleinstädte findet man keine Jobs mehr. Es gibt nicht mal ein Kino. Die jungen Leute, und nicht nur sie, hängen in den Bars rum und trinken. Meinetwegen aber, ihnen bleibt keine Wahl. In den Nachrichten meldeten sie gestern, es sei wieder ein Paar mit einer Überdosis tot im Auto gefunden worden. Und ihr Kind saß auf der Rückbank. Ja, in der südlichen Nachbarstadt East Liverpool. Das ist echt Horror. Als ich ein Kind war, haben die Leute ein paar Bier getrunken. Heute nehmen sie Crack, Kokain und Heroin. Heroin ist ein unvorstellbar übles Zeug. Sie haben die amerikanische Provinz als Geheimtipp und unerschlossenen Markt entdeckt, nachdem sich vorher alles in den großen Städten abspielte. Und ich weiß, woher dieses Zeug kommt. Ich war in Zentral- und Südamerika. Und jetzt sehe ich es hier. Und welche Folgen diese Drogen haben. Das ist ziemlich entmutigend. An was für Einsätzen warst du beteiligt? Unser Job war es, auf unkonventionelle Weise einen Krieg zu gewinnen. Um jeden Preis. Ich war auf Missionen in Kolumbien und Panama, in Brasilien, Mexiko und Bolivien. Ich habe eine Menge Zeit in Südamerika verbracht. Meine Aufgabe war es, ihre Polizei, Sondereinheiten und Militär zu koordinieren. Und sie für unseren Kampf gegen die Drogen auszubilden. Nicht einfach. Denn vielen Leuten war das Problem völlig egal. Sie machten nur mit, weil wir ihnen einen Haufen Geld dafür zahlten. Aber wenn du andere dazu bringen musst, mit dir zu kämpfen, ohne dass sie davon überzeugt sind, sind sie dann überhaupt nützlich? Sie können hilfreich sein. Aber es ist schwierig, jemanden in dem Bewusstsein zu trainieren, dass ihm beispielsweise ein Drogenkartell oder andere aus diesem Geschäft mehr Geld zahlen. Das Doppelte oder sogar Zehnfache, damit er sie jedes Mal warnt, bevor wir zuschlagen. Also du trainierst, finanzierst und rüstest eine Gruppe gegen die Drogenhändler aus. Aber die haben einfach mehr Geld. Genau. Schmiergeld, um euch zu verraten. Glaub mir, wären wir erfolgreich gewesen, hätten wir tonnenweise Kokain beschlagnahmt. Aber wenn du ein Schnellboot festsetzt, sind schon zehn andere unterwegs. Wir können nur sehr wenig ausrichten. Denn wenn du in Kolumbien Koks für zwei Dollar kriegst und kannst es in Australien für 300 verkaufen, wo sonst gibt es solche Gewinnspannen? Wie gut sind die Kartelle ausgestattet? Sie sind sehr gut ausgerüstet. Es ist erschreckend, wie gut. Noch schlimmer ist, wie gut sie trainiert werden. Und nicht nur das, sie sind brutal. Was ist die Lösung? Wir haben diesen Mist angerichtet. Wir konsumieren die Drogen. Und jetzt führen wir in anderen Ländern einen Krieg dagegen. Wie lösen wir diesen Konflikt? Wir müssen unsere Strategie ändern. Wir sollten weiterhin Druck auf sie ausüben. Aber es muss eine weltweite Kampagne geben, die nächste Generation zum Umdenken zu bewegen. Dass sie stolz auf ihren Körper und Geist sind und nicht nach diesem Lebensstil oder Drogenkonsum streben. Denn solange die Nachfrage da ist, was sollen wir tun? Der Krieg wird niemals enden. Es ist niemals enden. Es ist niemals enden.